Natürlich nicht so geil. Aber dass Italien so schlecht ist, okay. Ist aber nur Fußball, ne? Von daher. Das ist kein großes Ding. Äh... Geht's hier lang? Hier? Hallo, lass mich mal durch. Oh Junge. Oder kommen wir von hier? Oh. Achso. Bin grad zurück gegangen. Shit. Komm schon wieder hoch. Äh... So. Muss ich wieder zurück gehen? Äh... Wo war das denn jetzt? Ah, hier. Hier runter, oder was? Oder hey? Was meint die? Oh nein. Scheiße. Schau mal. Runter. Ich seh sie. Na klar. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Sauerstoff ich hab. Pff. Ist auch besser so. Oh, die alles nicht hier am Zusammenhang ist aber auch nackt. Oh shit, oh shit. Scheiße, ich hab gerade was gesehen. Hey, hey, sie sind hier, komm weiter vor. Verdammt nochmal, sie wurden nicht weg. Der saß doch nieder. So, schnell ins Wasser. Ist hier was? Wo sind die? Komm her. Kann schon mal die Handgranaten ausholen. Schalldämpfer morgenschisch. Das ist ein Spawnpoint. Oh shit. Oh, Mist. Das ist ein Spawnpunkt. Das ist ein Spawnpunkt. Das ist ein Spawnpunkt. Das ist ein Spawnpunkt. Okay. Oh, was hat schon... Hey, keine Spur von Ihnen? Nein, ich seh sie nicht! Ich seh... Hey, hier drüben liegt einer! Weitersuchen! Sie sind hier irgendwo! Wir haben sie! Oh, steiße! Na, geliebt sie! Oh, das ist zu nah! Tschüss! Nein, 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 nein! Lüft sie auch mal ein, oder...? Nein, 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 nein! Aha. Dann, ich glaub das war's. Bist du okay? Ja, gehen wir weiter. So... Aber wohin? Boah, Sheena Lake! Sheena Lake Gel! Steck mal hier! Aber hier sieht's... Schwerer nach hause, oder? Aber warum ist denn hier keiner? Pfff... Hey? Oder da durch die Höhle? Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Ah, okay. Okay. Ist ja was. Oh, hier ist ein Versteck. Oh, hier ist ja... Oh... 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 Hey... Oh, das ist richtig gewesen. Okay. Hergebracht? Boah. Junge. Oh, warte. Sie hat was zu sagen. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Probleme. Gut. Also nicht gut. Müsst du jetzt hier lang? Ja. Hä? Kommt sie denn her? Was? Was ziehen wir uns um? Ich glaube schon, ziehen wir uns um. Ich hab gedacht, hä? Was bringt das denn jetzt? Was ist irgendwas? Nein, falsch, Taste. Verdammt. Ah. Nate. Hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Ach, so ging das. Okay. Was seht ihr? Oh, da ist... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ah, Mann, Alter. Schöp' mal diese eine Taste. Nein. 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 Also... Vorsicht da unten! Wir müssen einmal hier als Schätze bleiben, nehmen, und dann gehst ich weiter. Oh, es kam aber ein bisschen spät. Wie hat man nicht gescheckt, dass ich das gefunden habe? Kann man sich um die Gange holen? Genau. Komm! Komm zu Papa! Wäre nicht schlecht, wenn die mitziehen würde. Aber, gut, Madame ist sicher irgendwie... Da ist nicht da irgendwie was zu fein für, oder? Danke. Danke. So. Ach, wie süß! Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Haha, ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank! So. Boah! Heard oder Heard? Nein! Nein! Sitz, sitz, sitten! Und dir? das müde angeschlagen ein bisschen was essen aber sonst geht es mir gut ja also doch da okay Ja, das sieht auch krass aus hier, Alter. Die verlassen, dass sie hier aussieht. Wä? Also, wo? Grund genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Averys. Ganz genau. Das ist nicht so ein ausgestimmtes Tier, Dodo? Gibt es nichts. Oh, was ist das denn? Das ist sicher von der Gangi Sawai. Ist das eine Karafe oder sowas? So. Wunderschön. Willst du mitnehmen? Ganz ruhig mitnehmen. Hm, was ist das? Ja. Dokumente. Oh, ein Drachensymbol. Dokumente, die, äh, unbeschalt sind. Nahe den Jahren. Du bist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Herr der Fliegen. Was du nicht sagst. Nicht Herr der Ringe, sondern Herr der... Warte mal, warte was. Nee. Das aus. Ich glaube, vor kurzem war auch angekündigt, äh, neuest ist das Squid. Und zwar eins der älteren Generationen als Remake. Ich glaube, Black Flag hatte... ... einen Mann im Blick und, äh, ist das Squid 1. Da bin ich gespannt, ob das... Wie das so sein wird. Da bestehen Kanonen. Hm. Ja, ich glaube, hier geht's nicht rein. Dafür hier. Hm. Ja. Bisher verlassen uns ruhig. Soll, soll's eigentlich bleiben. Finde ich. Aber wir werden bestimmt gleich wieder... ...schießen gehen. Kein... Ja, 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 ja. Die Strömung ist zu stark. Komm ich da hin. Schade. Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Bisschen hoch, oder? Da komm ich auch nicht rüber. Die Strömung ist stark. Psss. Ja, aber hier gibt's nirgendwo... Jetzt wird's im Hoch klettern, oder da hinkommen. Finde ich nix. In dem Raum? Gibt's da was? Ja, das muss ja hier auch sein. Oh, da ist hier nix. Das hier sieht wie ein Weg aus. Ah, es ist ein bisschen zu hoch. Was sieht denn wie am Weg aus? Hey? Ist sie, äh... Verwirrt? Wie sieht das aus wie ein Wirt? Äh... Da ist dieser scheiß Schrank, aber wie krieg ich denn runter? Wir können's vielleicht von da Position... Von der Position mal... Ausprobieren. Ah, ja klar, das geht. Das geht, natürlich. Ah, denk ich doch. Da muss die Frau jetzt... Draufstehen? Warte! Ich drücke ihn runter! Toll, danke! Jawohl! Okay! Gerne gesehn! Danke! Du bist ein tolles Gegengewicht! Äh, ich meine... Schon auf dich! Ich nehme in der Hand! Was heißt denn, dass ich fett ist? Solltest du auch! Darbensolat! Ja! Etwas Wasser geschluckt! So... Dann hier lang! Geschafft! Ich finde einen Weg für dich! Ich glaube, das geht nicht, ne? Ja, das ist zu schwer. Zu schwer! Du musst jetzt das weit machen. Ich schaff das nicht alleine! Naja, wir müssen in den Schrank jetzt da runterschmeißen. Anstoßen. Das sollte gehen. Als Treppe. Okay, weg da! Ja! Bitte! Okay, gut! So, und jetzt... Geht es hier auf. Ja! Jetzt haben wir's. Und da haben wir die Kacke! Die Kacke! Haben wir hier noch was? Never. Nee. Na, warte, wir gehen da noch nicht rein. Wir gucken erst mal, was hier ist. Und zwar nichts. Kein Hauf von... Nichts. Oh. Äh. Großer Gott! Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate! Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Pegasus. Und jetzt kommt das nächste Reiz, oder? Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Oh. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... Miese Drinks? Sieht so aus. Also, was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Ha. Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Und die Haare von ihm. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben. Und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes. Und der Freiheit. Gezeichnet Thomas II. Wollen wir wenden? Thomas II. Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also... Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig. Aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde... ungemütlich. Gut. Avery und Two laden sie hierher ein. Und, ähm... Wie war das, äh... Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ah, Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so... sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind... die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben... in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, ich, äh... Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Two's Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Ja, stellt mal, in der nächsten Session... wird's die letzte sein. Das sieht mir nach Finalkapitel aus. So. Für die Nachwelt. So. Nochmal nachgezeichnet. Auf ganz schnell. Nee, die Tür geht nicht rein, oder was? Nö. Ja, da würde ich sagen, wir kriegen bestimmt danach Besuch, aber... ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. So, endlich geht die Aufnahme wieder. Ich hab mein PC neu gestartet, weil irgendwie... Ich drück auf Aufnahme... Ich hab jetzt sechs Minuten aufgenommen, hab dann gesehen, dass das alles wieder nicht da ist. Keine Ahnung, ich kann's euch nicht erklären, wieso. Ich hab momentan echt Probleme mit Spielen. Bei Playstation ist es ja so, dass das letzte Mal gekrass hat am Sound. Und hier... haben wir irgendwie Aufnahmeprobleme. Keine Ahnung. Für die Nachwelt. Weil es gibt ja bei GeForce Experience... Dann kann man ja einfach so aufnehmen. Mit einer Taste. Und das klappt eigentlich immer sehr gut. Damit hat ich ja immer oft... was zu tun. Aber dann... gibt's jetzt irgendwie Probleme. Momentan. Sechs Minuten habe ich, wie gesagt, schon gespielt. Äh, deswegen... Oh, 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 oh. Schick. Das war ja... Das war ja so. So. Hi. Dass die das kann, ne? Ah. Blättern ist eigentlich... ganz andere Kunst. Oh, sieht das krass aus. Ja, okay. Wollen wir mal... da? Wünscht lässt man lange gegangen. Aber schub mal erstmal hier. Ah, hier gibt's da was. Genau wie bei Tooth's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Na ja. Schließlich vergiftet er dann... Na ja, denn schlecht. Tut mir leid. Das habe ich letztes Mal nicht mitgenommen. Ziemlich schlecht. Weil ich hatte hier ja nochmal einen Anfang. Mach ich noch was? Ich habe so eh noch gesehen. Na. So, das ist... Wir sind ganz offiziell in Henry Avery's Haus. Genau. Wir werden gleich Besuch bekommen. Bis da war ich auch. Ich habe keine Ahnung von dir reden. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist... Mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von Al Mazzonazzo. Hör auf jetzt, okay? So, spielen geht hier nicht. Der Hafer geht auch nicht, ne? Doch, oder? Probieren wir mal. Oh Gott. Ist hier noch einmal im Moment... Ich schiebe mal in der Archivement. Nee. Sonst ist hier nichts. Okay, wir gehen dann... Mal runter. Und zwar hier. Okay. Hey, na bitte. Aber welches ist besser, ne? Aber gleich nicht mehr Besuch. Gehen wir mal hier noch hoch. Ah, hier sind Vorspuren. Hier drüben. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Na dann. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Ja, ne ist klar. Mist, Lorela. Ja, wo sollen wir denn nicht im Leben sein? Ain't happen to them! So, liebeass. ich weiß nicht wie ein Problem bei uns da stehen könnten oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott genau in der Schutzbahn von dem